Neue Bilder zeigen Heinz Hönig und seine Frau Annika in einem emotionalen Moment der Unterstützung und Hoffnung während seiner schweren Zeit. Heinz Hönig, 72, hat in den letzten Wochen eine intensive und herausfordernde Zeit durchlebt. Der ehemalige Dschungel-Campstar musste notoperiert werden und verbringt bereits fast 100 Tage auf der Intensivstation einer Berliner Klinik. Während dieser Zeit kämpft er um sein Leben, was für ihn und seine Familie eine enorme Belastung darstellt. Seine Frau Annika Kerstin Hönig, 39, teilt nun ein rührendes Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie ihrem Mann hilft, aufzustehen und ihm einen Kuss gibt. Zu den berührenden Szenen schreibt sie, in deiner Brust schlägt ein Kämpferherz. Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Reise. Es ist ein Lichtblick um den Zustand des 72-Jährigen. Anfang Mai musste er intensivmedizinisch betreut werden, und eine bevorstehende, lebenswichtige Aorta-Operation konnte aufgrund seines instabilen Zustands nach einer Speiseröhren-Operation noch nicht durchgeführt werden. Am 20. Juli entdeckte Annika einen Defibrillator-Pad auf seiner Brust und erfuhr von den Ärzten, dass ihr Mann in der Nacht wiederbelebt werden musste. Trotz dieser erschütternden Umstände gab es auch Hoffnungsschimmer, Heinz Hönig war wach und voll orientiert, und es wurde begonnen, ihn von der künstlichen Beatmung zu entwöhnen. Annika bleibt trotz aller Herausforderungen optimistisch und findet kleine Wege, um Hoffnung und Mut zu bewahren. Jeden Morgen, wenn sie das Klinikzimmer betritt, singt sie ihrem Mann den Refrain aus dem Lied Guten Tag, Liebesglück von Lea und Max Rabe vor. Die notwendige Aorta-Operation steht weiterhin aus. Doch Annika und Heinz halten an der Hoffnung fest, bald wieder zu Hause im Harz zu sein und als Familie etwas Ruhe genießen zu können.